wo bist du denn guck mal Richtung Heuballen da beziehungsweise diese heukomischen Teile ein einmal drehen noch ein bisschen jetzt ach da sieht auf jeden Fall sehr gut aus dann spring mal runter dann kannst du das wollten wir ja auch machen bevor es nicht rausgehauen hat kannst du mal zeigen wie ich aussehe verbaut wird her mach nur kurz was warte mal wer Max Durchbruch jawohl so habe nochmal die Waffe ein wenig hochgeskippt so sieht cool aus die Rüstung eigentlich finde ich jo sitze auch dafür dass er dann aber pvp ist ne ja gut aber ich weiß ja nicht wann die andere kommt also von daher so na dann auf geht's die Entscheidung des Gruppenanführer warum bin ich immer der Gruppenanführer er ist nehm die Antwort des Gruppenanführers wird abgewartet du drückst ja und ihr seid nun der Gruppenanführer ganz ehrlich der Gruppenanführer wurde gewechselt alles klar okay das ist der Gruppenanführer wieder gewechselt ja denk mal weil du eher in der Lobby warst als ich deswegen ach so ach so wo ist der Verband? hm musst du bestätigen ach so ja schön suche nach einem Verlies mal gucken ob wir jetzt Glück haben je nachdem wie schnell es geht ne ja ich hoffe dass es fix geht kann ja so lange die Aufnahme unterbrechen bis wir hier voll sind ne jo ich glaub es ist das beste wenn du mit machst wenn du mich fragst okay dann sehen wir uns ja wir sind zurück ähm und wir oh Gott wir haben es geschafft dass wir mal die ähm stärksten sind in der Gruppe wir sind bei der Level 38 der Rest ist weit unter uns 35 35 33 und 30 so ich hoffe dass die gute Diana hier reinkommt alleine möchte ich das hier nicht durchziehen ich hoffe es auch aber es bewegt mein Ladebeilken bewegt sich und das ist schon mal ein gutes Zeichen das hat er nämlich vorher nicht gemacht ah ok ich brauch schon wieder ein bestimmtes Schwer zur Opferung deswegen und zwar von Glücksrad der Lykan ok um weiter zu skilln das war der Grund warum die Sachen ausgegraut waren ah ok warum er da immer runterspringen naja du nicht du läufst so teilweise ist gemacht weil ich das Problem habe halt falsch haben und so ne die warten nicht auf uns natürlich bist du ja auch ne ich bin nicht nur für uns obwohl der ist voll reingeflutzt tschüss da zweifel Prozent jahrelig Regio in Polenburg wahren sie noch so dass er nicht alle meine Attacken ausreicht. Ihr müsst die Voraussetzungen abholen, um diesen Gegenstand benutzen zu können. Ich bin tot. Ernsthaft? Na komm. Ich werd bekloppt. Obwohl der grad gefallen ist. Komisch. Naja, egal. So, egal. Scheiß drauf. Ich bekomme, dass der eine sogar schon sich verdünnisiert hat. Welcher denn? Der 30er. Naja, gut, ist kein Verlust. Nee, ist es auch nicht. Kann man mal machen, wa? Du hast ja alles an der Backe, wa? Warte, bin da. Die luten aber auch hier wie die Ninja, wa? Ja, ja, ja. Zack, 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 weg. Meins, 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 meins. Der ist böse. Ja, ich hab's gerade gemerkt. An dem bin ich gestern paar Mal verfeuert. Oh, ich sollte da auch nicht so nah dran stehen. Der hat's auf mich abgesehen, ne? Ja, ich bin jetzt auch gerade. Weil irgendwas von der Seite hier... Oh, ich bin auch down. Äh, das läuft nicht gut. Und ich muss mich nicht down. Ein Gruppenmitglied wurde besiegt. Jut. Können wir also... Da musst du vor... Irgendwann muss man wirklich vorsichtig sein und mit denen... Naja, aber die flitzen ja auch einfach rein, ne? Wie die Idioten. Ja, das Problem ist, dass der Speerhauptmann Isai kacke. Ist so. Naja. Na, dann müssen wir ihn gut stunnen. Äh, okay, ich will rausrennen. Ich komm' geflogen. Also, jetzt haben wir mal... Jetzt sind wir mal gewidelt. Ich soll... Ja, genau. Überleg dir mal, was... Der schreit. Hallo? Du sollst pullen? Äh, hä. Okay, das war die schlechteste Idee, die ich habe. Ich bin festgefroren. Ja, Freunde, ihr müsst hier auch mal... Mitmachen. Ja. Ich bin nicht sehr gut. Gut, wenn ich hier auf die... Oh, na. Auf jeden Fall ist es eine Eisscheiße rauslaufen. Und aus der Würbelattacke. Ich bin super verliebt. Und aus der Würbelate. Ich bin super hoch. anzugreifen, aber nicht, wenn du noch nicht alle da hast. Naja. So, hm. Naja. Versuch das später noch einmal. Ja, an Ketten ist ja echt schon Vorteil. Ich sollte mal ein Bällchen essen. Ein Bällchen gelootet. Ja, ich wollte auch. Das esse ich jetzt. Ich glaube, das wird eine lustige Runde. Es wird mehr als lustig, wenn die wollen, dass wir angreifen. Das Problem ist, ich kann mir die Lieben halt nur vom Leib halten, wenn sie ankehrt. Und ankehrt man halt auch seine Abklingzeit. Ist das Problem am Caster, der ist sehr innerkampfanfällig. Ah, stimmt. Der Typ hinter mir geht mir vor auf den Sack. Und die holen sich natürlich alle gleich die Dings, ne? Ich will auch eins. Krieg's in eins. Wolle, zwei. Wolle, zwei. Wolle, zwei. Sicher ist sicher so unser Bus. Wolle. 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 Da haben wir alle Eisattacken drauf. Ich versteh's nicht. Der hat dich im Visier, oder? Hat er? Ne, doch nicht. Die Voraussetzungen erfüllen, um diesen Gegenstand benutzen zu können. Hat ihr geglaubt, ihr könnt sie denn kommen? Ja, kein Chi, kein Chi. Na klar. Echt? Du bist gestorben. Ich glaube, er hat sich selber zu Tode gefroren, ne? Ja, er hat sich selbst zu Tode gefroren. Naja. Ich hab's noch eine große Fresse gehabt. Das Gebot eines Gürtenmitglieds hat gewonnen. Die nächste Auktion beginnt. Ihr habt euch von der Auktion zurückgezogen. Dum 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 dum. Sonst sprühen sie sich um den Ringe. Neu. Oh, nein, ein Jäger ihn, Schi-Dingsbums. Beifall sie alle gegenwärtig. Das wird ein Fot. Aber das Problem ist, wenn die Viseten irgendwann. so es ist irgendwie gleich das gelächter noch auftauchen da kommt das noch irgendwann kommen auf jeden fall das gelächter noch die aus dem boden auftauchen ja und feuer und so es kam auch mal ja der schamane weg die wir uns begreifen er ist aber dann den schamann kommt so in die erste schelette soweit ein bisschen umbaunen aus eieiei aufstehen trinken so dauern keine ahnung einfach mal weil so viel sehe ich nicht teilweise erst mal nur die schrift weil die mal wieder so lange brauchen zum laden jetzt kommen die skelette der typ zieht die denn irgendwo lang strott sterb einsam damit hat er nicht übertreibt ist das gut machbar halt stimmt so feuer jetzt kommen die skelette ja und das feuer lasst euch eigentlich kommen jetzt die skelette ich hab's gesehen ich hab den hochgeworfen in der deutschen tue ja die skelette die halten nichts aus vorgleich so wir werden dann wieder durch hohen hoffmann wieder das muss man schnell loswerden Nein! Diese kleinen Ratten! Die sind ja Looter! Ja! Next Boss! Jawoll! Naja, jetzt geht's rund! Oh, welcher! Ah, jetzt sehe ich's! Wollen wir? Ah, was soll denn sowieso? 5, 3, 2, 1 und... Au! Das war alles gut! Falsche Taste gekommen! Au! Ah, ah! Was macht der mit mir? Was macht der mit mir? Ich weiß es nicht! Okay, hat mich hoch genommen! Ich kommt... Eieieieiei! Spring! Auf! Nein! Nein! Oh, fuck! Okay, mal schnell mal trinken! Jetzt kommen diese Viecher auch noch dazu! Was? Was machst du? Lass mich hier los! Ja, du kannst dich losreißen irgendwie! Mit Fähigkeit 2! Scheiße! Scheiße, da nicht schwer geblinkt! Oh, hier ist noch irgendein Eisenreiszahn, ey! Ja, ja, der schwört sich immer wieder! Ei, ei, ei! Und ich bin kurz vorm Verreck! Ähm! Wo ist mein scheiß Fläschchen? Ach, scheiß, hat auch abgeschrieben Zeit! So, okay, wir sollten mal den Unterbosse loswerden! Ist tot! Gott! Eine Beute-Auktion hat begonnen! Ihr habt euch von der Auktion zurückgezogen! Ich hab den grad schon zum Schluss gefesselt mit... Obwohl, ich hab ja noch diese zwei Herzen! Äh, warum mach ich mir auf dem Kopf? Ja, weil es einfacher ist! Das Gebot eines Gruppenmitglieds hat gewonnen! Die nächste Auktion! Ihr habt euch von der Auktion zurückgezogen! Ah, das Bagua hab ich schon! Ich brauch ein neues davon, ey! Ich hab zwei gerade mal! Würde gerne alle haben! Die... Die können ruhig drauf bieten! Also, ich geb mein... Weniges... Geld nicht aus! Du siehst aber auch leicht angeschlagen aus, ne? Ja, das ist jetzt erstmal was! Schön Bällchen reinpfeifen! Versucht es später noch einmal! Kann ich nicht! Warum? Weil irgendwer im Kampf ist! Mensch, das richtig sehr! Das Gebot eines Gruppenmitglieds hat gewonnen! Alle Optionen sind... Ja, einer Köln... Köln gegen die Material schon rum! Das ist ein Graus! Okay, dann hab ich ja mal so ein... Ähm... Glückselexion aufbrauchen! Mach halt so! Die sollte ich mir mal einstellen und in die Schnellwahl, ey! Die bringt viel mehr! Was? Als diese Heiltränke! Ne, du kannst auch reingehen, dann... Es stürzt dich, glaub ich, auch nicht! Wenn er da war! Eine Feldquest hat begonnen! Eine Feldquest hat begonnen! Mhm! Okay, ich bin, denk ich, jetzt noch wegen Bagurs und Uniform hier! Da! Ey! Der hat mir mit einem Schlag einen Herz geklaut, ne? Wow! Ja! Na, in mir auch! Okay, der hat echt ein paar miese Fähigkeiten drauf gewonnen! Ey! Das zweite Herz weg! Ernsthaft? Okay! Haben wir geschafft! Äh! 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 Alter! Aber ich bin voll! So, auf zum letzten Boss, soll ich mal die Herzen auffüllen! In der Hoffnung! Soll ich skippen, oder bin ich nicht? Ich hab's geskippt! Ich hab's geskippt! Okay! Dann haben sie was geändert! Für jeden Einzelnen! Äh! Ist ja nicht auch eine Drachensäule gewesen? Hier unten! Kannst du benutzen? Ja, ja! Ja, ja! Supi! Kann benutzen, aber ich will jetzt nur schnell mehr! Ich trau mich nicht an den ran! So, dann sind sie dann wenigstens alle jetzt da! Ja! Wollen wir? Ja! Bleibt ja nix anderes übrig! Oh! Ja, wenn der trifft, dann ist schon echt übel! Mein erstes Herz ist echt! Das war mir nicht. Ich hab's geschehen! Wenn ich das nicht mehr in die Zeit nicht angenehm... Ich hab's geschenkt!